Hast du die gehauen, Thomas? Nee, die sind mir entgegen gekommen. Ja, dann hast du die aber geschlagen. Was ist mit denen hier? Sind die noch friedlich? Ja, die greifen an. Ich nicht. Ich will nicht. Die sind hinter Thomas her. Guck dir das mal an. Nee, kann nicht sein. Ich steh hier. Die waren hinter dir, Herr Till. Die sind jetzt nur auf Till, weil Till ihn umgenietet hat. Für dich, damit du nicht stirbst und rumheulst. Hey, ich hab ein Goldschwert bekommen. Warte mal, ich hatte doch auch... Ja, wollte ich das sagen. Ey, Till, darfst du mal an dir testen, was mehr Schaden macht? Hm? Ja, du kannst mich mit einem... Goldschwert hauen, komm mal her. Wo bist du denn? Ja. Ja, mach. Ich hab mal ein Herz abgezogen oder das Zeissenschwert. Auch eins. Ah, klar. Wieso brauchst du die jetzt wieder ab, Micha? Ich kann mir was anders machen. Na, ich kann ja mal gucken, aus welcher Richtung ich rauskomme. So, so. Ich hatte doch vorhin noch Slabs. Wo sind die hin? Die sind in der Kiste. Habe ich die umdisponiert? Die hat ja das 1 drin. Loll. So, komm ich in die Richtung raus. In die Richtung kommst du... Mein Fastlabs. In die Richtung, wo ich jetzt stehe, ne? Ne, in die, wo ich stehe. Wie macht man das brutal? Okay. Siehst du doch, wie man's macht, du Bob. Ach, der hört mich nicht, ne? Dann willst du auf den roten Stein laufen, oder was? Ne, Pascal nicht. Weil, was hast du denn da? Der Pascal fragt, wie man dieses Portal macht. Das ist mit diesen Nethersteinen, ne? Ne, mit Obsidian. Ne, mit Obsidian. Wenn man das dann in der Form aufgebaut hat, wie es hier steht, einfach mit dem Feuerzeug in der Mitte einmal anstecken und dann go. Aha. Du machst hier alles drin, so. Und dann musst du Feuer anstecken und dann... Ja, Mist. Wir haben hier noch nicht... Hau doch mal da ab, du alter Opa. Mann, Mann. Dass das mit der Bewegung so schlecht ist. Boah. So, gibt's einen auf die Mütze hier, ey. Ich muss erst mal was essen. Ja, ich buddel auch mal hier ab. Und jetzt, wenn es dieser Schei... Ah, doch, ich hab Eisen mit. Ja, ein bisschen Eisen haben wir mit. Ja, ich hab... So, irgendwie kommen wir jetzt hier raus. Ja, gleich. Jetzt bleibt doch mal unruhig. Ich bin doch schon unruhig. Das ist das Problem. Da. Hätte wie komisch aus. Ach so, hä? Da hast der nächste gehasst. Gehasst. Schon wieder? Gehasst gehasst. Mist. Schlepper. Obwohl, ich würde sagen, wir machen... Ah, nehm. Au. Ey, ihr könnt ja... Ey, war das getroffen? Ihr könnt ja Ghast killen. Ich baue hier erstmal. Scheiße, es hat keiner Scheiben oder so mitgenommen, oder? Nö, ich kann aber schnell welche holen, Leute. Wo ich hab gar keinen Sand. Weil ich die großartigen Farben bin dafür. Da kommt das Schwein wieder. Welches? Das Riesen. NICHT HAUN! NICHT HAUN! NICHT HAUN!!! NICHT HAUN! Ich geh ja nicht darum... Interessant, Michael? Bitte? Äh, ich rige dem einmal Michael, der hinter mir setzt. Du, mich wenn ich mit ihm rede, ist zu mir leid. Ihr schwückt n kleinen rollten Handwagen! Hey, da steht ein Zombie-Packman in der Lava. Ich schieb's mal noch weiter rein. Jetzt schwimmt's nach oben. Äh, ja. Also. Lol, ich hab gleich mal ein ganzes Eisen verbaut. Ich krieg jetzt schon Plack auf die Zähne. Nee, ich hau'n, Thomas. Nein, ich guck mir ja nur an. Ich mach mir gar nichts. Guck mir ja nur an. Ja, guck mir, ich anfassen. Solltest du noch Eisen auf Reserve haben, Till? Solltest du das vielleicht auch mitbringen? Ja, mach ich. Warte, ich hab mein ganzes Eisen gleich verbaut. Wo bist du denn? Hier. Na, du brauchst mir das noch nicht so, geh, behalte das noch. Ja. Aber mein Eisen wird nicht mehr für viele Projekte hier reichen im Neter. Ich hab jetzt nur ein paar Stücken mitgebracht, deswegen. Komm mal eben da raus, Thomas. Wenn ich jetzt die Tür reinsetze, bist du erst mal gefangen. Bin ich, Thomas? Bin ich jetzt raus. Ach, das war, ähm. Ja. Sag du doch mal, ich brauch ne Brille, ey. Wieso? Ich bin hier am Arbeiten, also stören mal nicht bei der Arbeit. Ich kann ja auf alles achten hier. An den Fisch. So. Wie sich hier eigentlich mit der Tür reinschauen, ey. Weil ist doch da hinten. Was ist das, was da in der Art und Feuer sein? Der sagert aus, der sagert aus wie, wo ist er denn auch da? Tanz da und. Alter, er haut sein erstes Scheiß, den kaputt kriegt, gleich so einen quackackten Magma Cream. Ich hab schon tausend davon getötet und hab nur eins. Das mag ich aber auch echt kommen, oder Thomas Orenz? Nein, nein, ich meinte ja dich. Ach so. Ähm, Goldnagel. Goldnagel sind von dem Zombieschwein. Ja. Ja, ich baue gleich mal zwei. Sicherlich nicht verkehrt. Hm, was wollen wir jetzt bauen? Ja, ganz unruhig. Was wollten wir bauen? Ja, ganz unruhig geht gut, ey. Ein Plumpsklo. Ja, das hab ich schon gebaut. Du musst mal gucken, mal irgendwo. Ja, da ist das, glaube ich. Das war das Plumpsklo. Eisen soll ich nicht mehr mitbringen, ne? Hast du Kohle da, Micha? Ja, ja, ich hab schon den Ofen befeuert, sozusagen. Na, komm schon. Einen baue ich noch. Soll ich mein Eisen mit da reinschmeißen? Ach, mein Eisen ist schon fertig. Ja, tilts als auch wahrscheinlich noch nicht. Ja, das ist noch hoch. Ich geh ja mal. Ich muss ein Blas umklopfen. Wieso ist die geschlossene hier? Geschlossene Gesellschaft. Oh, wo soll ich das Eisen reinlegen? Wieder gelockt, oder was? Michael, lockt jetzt mal alles für sich selber. Nur die Einer-Truhe, das ist mein Privat-Inventar. Soll ich das Eisen rein tun? Ja, dann gib's mir, ich tue's da rein. Wenn wir das irgendwie griefen würden oder so, ey. Bei euch weiß man ja nie, ne? Dein scheiß TNT hast du wiederbekommen, mal nicht rum. Wir haben sogar in deinen Kisten aufgeräumt. Ja, wahrscheinlich. Mussten wir bloß mal gucken, was du schon unter alles erschienen hast. Thomas, es ist einfacher, wenn du einfach E für Inventar drückst und dann schmeißt, packst du den kompletten Blöck in die Hand und schmeißt es einfach einmal daneben. Dann schmeißt du sie gleich alle weg. Genauso. Ja, aber ich mach ja auch immer, ich sammle die immer wieder auf. Du weißt sicher nicht, ey. Ja, du musst die mir hinschmeißen, du Honk. Ja, mach ich ja die ganze Zeit. Ja, 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 ja. Der Blinde sieht er nicht, ey. Alter Mann. El Blindo. Alter Mann. El Blindo hieß er. Sie sich claimen, ey. Rechts unten ist ein Schalter, Thomas. Ja, Mann, ey, da musst du immer... Alter, du erzählst, ich wollte es gerade sagen. Hauptsache, TNT ist dann immer klein, der Schalter, ne? Dick genug ist er immer noch. Bitte? Kann man so eigentlich größer bauen. Oh, doch. Sagte Micha, wie war das mit dem Clown? Wieso? Wer hat was geklaut? Der Clown, der ist vor den schwulen Leuten versteckt. Ja, Thomas. Genau, dich kann ich das auch mal fragen. Hast du schon mal im Aldi den Clown gesehen, der sich vor Schwulen versteckt? Ne. Wie soll der? Okay, du hast dich somit geoutet. Ich schicke dir nachher mal noch was, damit du dir das direkt angucken kannst. Blödele. Aber jetzt überleg mal. Ich habe dich gefragt. Hast du schon mal beim Aldi den Clown gesehen, der sich vor Schwulen versteckt? Warte mal eben, Micha, auch mich mal eben. Jetzt muss er googeln. Ne, ne. Du hättest das Headset ruhig auflassen können. Wir haben trotzdem alles verstanden. Und die Zuschauer auch. Ja, Mann, ey. Ja, Sand wollte ich auch noch brennen, ne? Ich habe zwei Öfen hier stehen. Ja, ist beide voll. Warte hier, ich gebe dir noch Kohle. Der läuft nicht zu mir her. Ich habe nichts gemacht, ey. Wo bist du denn? Der hat mich geschlagen. Ey, der haut mich. Komm, ey, ich habe dir 16 Kohle dahingeschmissen. Ah, du hast ja selber Kohle. Wieso gebe ich dir die überhaupt? Ich habe gar keine Kohle. Helf mal, Thomas. Der war geschlagen. Ich habe weder dem rührt, noch irgendwas gemacht. Ich habe einen Sand brennen, oder nicht? Ja. Danke. Ah, das ist so ein hoher. So, jetzt ist alles am brennen. Oh, diese Schweine nerven, ey. Komm, Small gibt es jetzt, ey. Hey, hier ist eine Netachestung. Geil. Wir kommen gleich vorbei. Zur Not können wir... Ihr dürftet mich sehen. Bitte? Ihr dürftet mich sehen. Wo bist du denn? Hier hinten. Ha, hier hinten. Das ist aber eine gute Aussage. Hinter dir. Ich sehe ihn. Nee, da. Hinter mir. Springer. Den schon. Ja, ich habe nur Till gesehen. Ja, der läuft da hinten. Aber den ist. Ja, du bist gerade hinter der Lava. Wo springt der denn? Boah, leck. Alter Vater, ich hasse das Neta. Äh, den Neta. Ah, da. Wo denn, Lukas? Hier unten. Oh, stimmt. Das ist wirklich eine Netafestung. Lass mal reingehen. Ja, warte, da achten wir auf Turm mal. Ja, ja. Kommt ja gleich. Wenn ihr Pappnasen wenigstens mal warten könntet, ne? Währenddessen ich hier den Raumsafe baue, dann könnten wir da zusammen rein. Aber... Ja, warte mal. Oh, wie das hier laggt, ey. Teilweise, ich hasse den Neta einfach. Ja, aber auch richtig, ey. Ah, dadurch können deine Videos auch asynchron werden, ne? Durch das laggen? Ja. War bei mir immer so. Das ist bei mir zum Glück noch nicht passiert. Oh, das ist so ein Portal, mach ich jetzt. Der einen geht so, oder? Jetzt ist das Portal ausschalten, ja. Ja. Ne, den Waipunt dafür. Also die ganze Karte wird ausgeschaltet. Welche Fester wollen wir gehen? Wir haben hier zwei. Ne, das ist die gleiche. Ne, das ist nicht die gleiche. Das ist nicht die gleiche. Lord, wir haben echt zwei in die Karte so direkt nebeneinander. Es geht. Was gibt es denn da drin überhaupt? Gar nichts, oder? Doch, äh... Lohn-Spawner und diese gammligen Pilze. Das sind Warzen. Du gammlischer Pilz. Ich möchte das Wort Warzen nicht in den Mund nehmen, ist ja eklig. Ich möchte Warzen nicht in den Mund nehmen, das kann ich irgendwo verstehen, ey. Das Wort Warzen, du Honk, habe ich gesagt. Die Warzen waren ja ursprünglich im Neta als Nahrungskollektor. Echt jetzt? Ja. Ist ja pervers. Boah. Du wirst gar nicht, ob du dir jetzt erst kannst, oder nicht? Boah. Ausprobieren. Ja, boah. Versuch, mach klug. Du musst du mich ja nähen jetzt. Aua. Der baut gerade noch das Dach hier rein, damit hier auch nichts passiert. Ey, das laggt so mega... Das geht eigentlich. Nö, das geht nur zwischen. Ich habe 180 Frames, sowas lag trotzdem, wenn ich euch die Gegend glaube. Ich habe gar nicht drauf aufgewählt, jetzt habe ich gerade 250. Was ist Lukas denn? Zehn. Bastel mich krass. Ja, 110. Ach, 110. 10 Frames, ja. Deswegen habe ich ja mal nachgefragt. Wo bist du denn? Meine Schwester, die hat auch Minecraft gespielt. Die meinte irgendwo mal, dass es bei ihr so ein bisschen laggt und so weiter. Aber es würde gehen. Da war ich bei denen zu Besuch. Alter Vater. 14, 15 Frames und die hat das nicht gestört. Ich wäre amok gelaufen. Ich habe Warzen gefunden. Läuft doch nicht hier rein. Dann fress mal eine. Was? Ich kann auch Warzen essen. Immer eine. Na gut, ich habe voll das an. Wieso kann ich die nicht einsetzen? Ich habe auch voll das an. Wie ist das eigentlich bei diesen Gittern? Wie heißt das jetzt? Sehen da die Viecher einen auch nicht durch? Nee, ne? Wir wollten noch nicht loslaufen. Jetzt gehen wir wieder zurück und warten auf mich. Ja, ich bin sofort fertig. Zumindest fürs Erste. Und du bleibst da hinten und siehst mich nicht, du fettes Ding. So, dann würde ich sagen, ich leere mal eben den Schmanier aus. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal ein paar Warzen. Lass mich in Ruhe. Das haue ich dir vom Kopf. Echt, ey. Brauchen wir nur noch eine Loneswarner. Nee, finden wir schon. Dann gehen wir uns ein paar Routen klatschen. Ein paar Routen? Wieso Routen? Ja, wie es lebt. Ein bisschen Baumaterial muss man schon mitnehmen. So, bin auf dem Weg. Mindestens habe ich gesehen, wo vorhin Tilgen ist. Alter, ey. Alter, warte. Da steht er, Leute, ja. Das ist echt Wahnsinn. Nee, da war es echt so krass. Kann man die essen? Nö, ich weiß es nicht. Ich habe extra nichts gegessen. Ich teste das jetzt gleich mal. Geldnach, gerade gelastet. Hier tun wir Michael rechts. Ja, ja, ich weiß. Ich arbeite hier gerade. Schließ mir mal der Gläschen ein. Boah, Alter, es ist echt übel, ey. Der geht hier teilweise wirklich. Ja, habe ich doch gesagt. Ich hoffe, die Aufnahme wird nicht asynchron. Zumindest nethermäßig. Kannst du ab und zu mal fix inzwischen einen Cut reinmachen, weißt du? Ja, ja. Ich glaube, das ist... Achso, wo seid ihr rein? Hier unten. Da bist du. Nee. Autsch. Miau. Ja, ich glaube. Oh, Mama. Ich habe vorsichtshalber mal einen kleinen Zwischencut hier gemacht. Hier lang? Ja, da geht es auch nicht wirklich weiter, aber da kann man uns rausbauen. Kommt da ja noch irgendwas. Gipf, mein Jera. Boah, aber es ist schon brutal, wie der hier teilweise in die Knie geht. Ich sehe das an der Anzeige oben. Also ich bin nur noch am Zittern hier. Wow, noch mehr näher draußen. Loll, wo der? Ach, der Kerl ist schon wieder vorgerannt. Nee, typisch. Nee, bloß in eine andere Richtung. Da ist es. Ja, wenn ihr sagt, man kann die nicht essen, braucht man ja auch zu googeln. Aber so ein Lohnspawner wird auch mal cool. Bin ich ja gerade auf die Suche. Wenn ihr ein Soul Sand Feld findet, dann baut die ruhig ab. Auch den Soul Sand, weil da können wir vorne bei dem Portal die Netherwarzen Farm nämlich aufbauen. Wir haben riesiges Soul Sand Farm Gebiet da unten vor unserem Portal. Ja. Boah, geht es schön tief runter, definitiv. Und dort ist natürlich Lava. Was sonst, ey? Ei, 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 ei. Ich dachte, ich fall jetzt da rein. Oh, ich hab gerade mega die krassen Freibandbrüche. Ja, ja. Sag nix, ey. Wir machen mal da oben ein bisschen das Dach weg. Das ist mir sicherer. Hättet ihr mal Bescheid sagen können.